Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, Statistiken sind schön und wenn es ein Angstgegner ist, Angst ist kein guter Ratgeber, dementsprechend sollte man auftreten. Aber ich glaube, die Jungs sind gut eingestellt, also von Angst kann man da glaube ich nicht reden. Reden schätze ich ein als zweikampfstarke Truppe, als kompakte Mannschaft, die extrem sicher unangenehm zu bespielen sind. Da spielt keine Rolle, wir schauen nicht auf die Tabelle, wir haben einen Weg eingeschlagen, an dem arbeiten wir und da macht der Tabellenplatz des Gegners nicht unbedingt, also der sollte uns da nicht unbedingt aus der Ruhe bringen. Kevin, 2 zu 2 gegen BSV Reden, was war los, warum hat man trotz zweifacher Führung am Ende nur einen Punkt geholt? Ja, ich glaube, dass wir auf einen spielstarken Gegner getroffen sind, der Tabellenstand lügt, finde ich, weil die Jungs, die waren richtig gut, haben die Kugel gut laufen gelassen und selbst auf dem Boden war das gut von denen und am Ende müssen wir halt mit dem Punkt zufrieden sein. Habt ihr vielleicht den Gegner unterschätzt oder? Ja, ich sag mal so, unterschätzen glaubst du kannst in der Liga gar keinen. Ich habe gerade eben schon gesagt, der Tabellenplatz lügt einfach ganz einfach, die Jungs, die waren gut. Wir wussten, was uns auf uns zukommt, dass sie vorne spielerisch starke Jungs haben und am Ende sieht man ja, was dann dabei rausgekommen ist. Trotzdem zufrieden mit der Ausbeute, die man in diesem Jahr zu Hause geholt hat? Ja, definitiv. Wir haben uns so eine kleine Serie aufgebaut, zu Hause vor allem. Wir wissen, das ist unser Stadion, unser Zuhause und da haben wir bis jetzt, glaube ich, alles, was geht mitgenommen. Bis auf vielleicht zwei Spiele, die wir verloren haben, aber der Rest war sonst alles gut und so kann es, denke ich, mal weitergehen. Als nächstes kommt jetzt Hildesheim. Was erwartest du von dieser Mannschaft? Ja, das war unser allererstes Spiel. Wir werden jetzt mal schauen. Wir werden nochmal alles durchgehen lassen, das Spiel nochmal, Revue passieren lassen, unter der Woche besprechen und dann bereiten wir uns vernünftig auf Hildesheim vor. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.